Entdecken Sie das neue Extranet mit Ihren gewohnten Zugangsdaten. Willkommen auf dem neuen Dashboard. Hier haben Sie alle Module im Blick. Jedes Modul ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Aufträge einsehen möchten, finden Sie oben die Freitextsuche, wo Sie Worte oder Nummern eingeben können. Links verschiedene Filtermöglichkeiten und rechts wird direkt das Ergebnis angezeigt. Auch Serviceanfragen macht das Extranet Ihnen jetzt extra leicht. Gehen Sie in die Detailansicht des Auftrags. Klicken Sie hinter der entsprechenden Position auf Service- oder Änderungsanfrage. Beschreiben Sie Ihr Anliegen in drei Schritten. Schon ist alles in unserem System gespeichert und kann direkt bearbeitet werden. Das Extranet bietet Ihnen viele weitere tolle Funktionen, wie das verbesserte Lieferzeitenmodul, die intelligente Auftragshistorie und vieles mehr. Entdecken Sie jetzt das neue Extranet.